so liebe leute die knife round is live ich mache volume rein und schalte gleich ins voice wünsche ich ganz viel spaß bei neophyte gegen my revenge im achtel finale des der ihr manns lieb masters raute 2 viel spaß und wir sehen uns dann nach dem spiel wieder oder wir hören uns dann wieder das bereichste mit dem ausgarten der falschen aufbauen ja bergung ausgarten stich der alter und feste alles stichko martin jetzt aufgeben weil es heißen Prozent ach man niemals beruhige dich hast du nachdem beruhige dich bis die ich bin ja aber sie auch nicht Platzierung EPS-Pistels spielen das war es so Prozent dann wie bei den Koppel uns p Ja. Ja. Habst du nur noch Scavlar, ja? Ja. Soll ich ihn kaufen? HE? HE, genau. Und wir gehen dann einen Tab-Aufbau machen, Tab-HE, dann A-Fake, und ihr Wartete-Rampe geht an B. Ja, 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 ja. Wenn ihr B draufkommt, macht bitte einfach entweder im Walle oder Y einfach so einen Backkanten-Tower, da zieht beide einfach mit. Wenn die dann Bails kommen, haben die gar keine Chance mehr. Ja. Ja, go, go, go. Go. Was für Tower? Walle-Backkanten-Tower? Ja, gehen wir hin. Die zweite Kiste oder die erste? Inzwischen gehen da. Da bin ich mal gespannt. Wir treffen euch die Bombe hier. Ich, ich, ich. Keiner in der Mitte vorbei. Spotte Banane, oder? Jetzt zwei einmal. Will ich mich da spotten? Nein. Lass einfach Tab-Spotten, Debson. Wir halten da eh seitdem von vorne. Ey, die sind total def. Warte ganz kurz, warte ganz kurz, warte ganz kurz. Spot gar nicht warten, mach einfach def. Lass den B durch. Wieder Banane noch, mit der hab ich was. Warte mal nix. Check mal die Backkante, Debson. Lass den sprengen, Jan. Ja. Erstmal durch. Geht ihr Tab vorne zum Ausgang? Ich sag euch, wenn ihr go macht. Ja, zehn AP, Jungs. Ich bleib ein bisschen weg jetzt hier. Go. Okay. Einer Action hinter der Kiste. Macht mal Tab-Abfahrt, bitte. Ja, nein. Raus. Ich hab immer noch. Raus. Ist weg. Nee, ich hab Sandkasten gedroppt. Bei immer. Auf jeden Fall. Geht einfach B2. Und mit drei Action lass dich. Spotted. Spotted. Auf, keine Russen durch. Wochen lange, die waren alle Action. Nein. Einer kommt von hinten. Einer alleine. Banane. Eine alleine Banane. Ja. Schade. Wir haben eben doch mit mir getappt. Ich hab geaimt. Er hat sich nur ganz kurz gezeigt. Na, da hast du wohl nicht geschossen. Warum Fulsch, war ja? Jo. Oh, sie killen sich. The fuck. Wollen wir B-Rashen? Ich hab zwar Flashes. Nee, lass dich Fulsch über Döner machen. Weil da hat man die Chance vielleicht. Machen wir Fulsch über Döner. In Action zu überfahren. Aber du kannst trotzdem vorne mal gucken, was der B-Spieler macht. Weil ich mach. Hm, wenn B gar nicht spottet, dann stellen wir nochmal um, ja? Da hast du einfach alle aus dem Döner ausfahren mit Glock, hä? Ja. Wir boosten oder was? Ja. Wir zielen Schlitz. Die-di-di-di. Wir fahren mal in der Mitte dazu. Überfahrt der Action oder Hells? Ja, Action. Ja, er ist frei. Sind wir bereit? Ja. Alle haben Sport. Im Spot. Keiner Sand. Keiner Sand und im Spot. Noll. Alles sauber. Doch ist gut. Nice. Auf geht's. Was machen die denn alle? Wir haben Langeweile. Wollen wir gleich an Nexus-Coach gehen? Nee. Oder wieder Standard? Nein, nein. Erstmal mal mit dem Standard schwimmen. Erstmal gucken, was die in der Mitte machen, bevor wir an Nexus schwimmen. Ja, ey. Was machen die denn jetzt hier? Wollt ihr vorne schnell Gang einnehmen schwimmen? Ja, auf geht's. neighbours. Fängt ja wieder gut an. Dritt. Kommt Jungs, jetzt Fokus. Will nicht wieder verlieren gegen irgendwelche Osteuropäern. Gegen Johann. Aus der EM sind sie schon draußen. Dann müssen sie ja auch noch draußen boxen, dann müssen sie überhaupt keinen Bock mehr auf Leben. Na, du bist ja Ösi rein, ey. Aber da haben wir eigentlich Titane, oder? Ja, denk gleich. Was denkst du, Jan? Elfmeterschießen. 2-2, Elfmeterschießen. In Polen war ja nix, ne? Ja. Trotz guter Fan-Equipment, was du da anhatest. Ja, ja. Nee, ich will jetzt hier, auf geht's. Go. Okay, alle fertig? Ja. Ja und go. Also schnell Top einnehmen. Bring die Gitter Flash. Die Mitte oben rauf, Rainer. Ja. Bitte Smoke. Oh, du dich. Fallst du bitte, Hali. Gitter Flash kommt. B auch auf. Gerne von euch bitte durch den Döner. Das ist gut. Geht hier von Mitte dann Flashen, wir nehmen den Dichter ein. B-Bank deine Feuers. B-Bank deine Feuers. B-Bank deine Feuers. B ist frei. B-Bank deine Feuers. Probier nochmal, Rainer. Action hast du, William, ne? Schild mal bitte, wir drehen B kurz zurück. Gitter Flash. Gitter Flash. Einer Nuki. Ja, können wir gut machen, Hesbit. Wir decken auf keinen Sand. Über B oder was? Hesbit auf A oder Hesbit? Hesbit A. Hesbit A. Gitter Flash. Ich bin weg, ich bin weg. Mach der jetzt n Hesgo. Jetzt n Hesgo. Einer Nuki, großer Sand. Gitter Flash. Gitter Flash. Oder ich mach Go. combine triangle Bl 있죠. Kommmit. Einer Nuki wegw goldenen Hesbit. Gitter Ap. Gitter Down, return Sko. Er Nuki D stress gedauert. Knicks noch. Beecko. Inhalten. Gitter ist ein Hesbit A. Bibi vielleicht schon da. Bibi O. Ich hab Mitte. Vanane können sie nicht abbauen. Kan er schon tap durch sein, schon ist pech gell? Ja nee. Ich war hier offensiv sie sind nie mal so schön Banane gewesen. Okay. Die müssen am B sein. Ja, mach mal ein Gitterklärer anbelosten. Ja, geht handen. Ich komme mit Banane. Martin, komm Banane. Du bleibst im Spot, mate, gell? Oh. Ja, jetzt bauen wir schon. Einer hat's Kletter. Ein Farmer. Ich bin jetzt schon Zettelbester. Deckcenter, gib eine Kletter hoch, Martin. Ich bin Deckcenter. Ich bin von hinten schon. Ich ziehe links von euch. Hinter einmal noch. Settler, vorne. Hinter vorne. Ich kann eine Waffe. Ja, leg mal einer. Ich leg ja an. Ja, ich darf selber. Passt. Wir haben nur eine Waffe gesapen. Die ab und man dappchen den Döner damit. Und dann lass mal bitte normal einnehmen. Okay. Ich hab nichts für bei mir, ne? Aber bitte checken, der A. Ich hab nichts für safe aufbauen. So, A, wir können nicht gut gelaufen. Ja, ich bin unten drauf. Ja, ich bin da vorne. Ich hab vorne. Ja, leg mal. Doch nicht Dönerbrüsten. Also, dass ich anbooste, du, ich nicht die Tapptreppe. Ja. Pass auf, der kann schon vorne sein. Könnt boosten, ich hab Treppe. Ganz vorne an der Treppe, einer. Geht, tappt zurück. Zwei Wannen teppich. Zwei Wannen teppich. Zwei Wannen teppich, ganz zurück. Was sind's? Hey, ihr könnt doch nicht so vorgehen, Leute. Döner, Döner raus. Action weg. Ey. Das ist doch nicht euer Ernst, Barnard. Tapp ist off. Wir gehen B, wir gehen B. Warte, also Rainer, wir beide gehen B und der andere... Einer ist Action immer noch. Probier du, Action für dich auf Rack zu gehen. Ja, ja. Warte noch ganz kurz. Ja. Ich flash nochmal mit um links. Sag wann. Ja, vielleicht ist langsam für dich. Einfach, lass die Zeit, wir haben noch Zeit. Einer ist in der Action. Ah, schade. Einer ist immer noch in der Action. Der wird's jetzt spotten, ihr müsst jetzt. Deck links rein, äh, Deck rechts rein, ne? Geh, weg, 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 weg. Bitlase. Warum hätten wir wohl händeln können? Er ist halt nicht mehr schon rein. Er gibt mir jetzt das Überding. Bleib, bleib gerügt dich. Bleib ganz ruhig. Mann, ihr könnt doch am Spot alles holen. Warum gehst du dann nochmal auf X? Ja, wenn ich ihn mach, ist die Runde safe. Ja, und wenn ihr im Spot bleibt bleiben, sind sie auch safe. Du und 3 ist sicher nicht safe im Spot. Egal, kann man nachher, bis zu dir. 5. Deck dir, den Rainer. Du bist drauf? Ja. Du Siegel? Ich hab keine Granaten. Nee, ich hab Arca. Arca mit nichts. Deck mit da. Beine Flash, war ich. Ich bin an, was sie daheim macht. Kannst du mich dünnen abnieren? Jo. Soll ich vorhin ne Checker eben haben? Gang gesprengt eben, da ist keiner. Ja, mach euch. Ne Treppe, kann aber trotzdem vorne sein. Einer down. Nein, ich hab's nicht. Ich hab noch einer gang. Bin DB immer so deaf, wüsste ich immer nur B. Warte, deaf nicht, komm mit. Machen wir gucken. Jo, komm. Könnt ihr mal die Mitte angehen und gucken, wie die Mitte spielt? Ich flash action. Ja, mach. Gang down. Wir fahren Gang durch. Wir F3. Hit, hit, hit. Dixo down, Dixo down. Wir machen Gas. Im Spot, im Spot, im Spot. Ich deck dich mit. Wir kommen beim Hoher. Im Spot, im Spot. Rude in. Ja. Schön. Nein. Geht ihr Handen? Ja. Ich geh Banane, dass er nicht abhauen kann. Geborgen. Habt ihr kleinen Sand gecheckt und im Spot? Nein. Nein, der Sand ist frei. Ist sauber. Nice wonder. Channel opening, Lapson. Ja, an der Hände picken, Mann. Jan, geh mal Mitte und probier mal auf X ohne Bombe. Direkt über Mitte, hochschleichen und, ähm, Oli, die meint daheher. Oh. Aber können sie noch, gell? Ja, aber vielleicht überrascht sie jetzt dadurch. Gelegt. Kann einer von Mitte unten ein Gegenfläch halten, wenn ich mich nicht tanken? Nein, ja, ich hab dich nicht. Action Tower, Action Tower. Echo. Oh, da helfen. Sauber. Ich glaube, links ist nur einer im Head irgendwo. Ich bin mir auch nicht sicher. Lass Action durchgehen zusammen. Nice. Nice, Jungs. Habt'n schon, Echo. Komplett. Großes Pace. Und jetzt wieder relativ viel Geld. Vielleicht AWP. Also ich würde auf jeden Fall B angreifen, weil die B immer extrem defig. Immer defig. Aber war defig. Also, lass sie nicht zuerstreiber aufspielen. Debs sind falsche Bang und die anderen können schon mal in eine Banane reingehen eigentlich. Ja, lass sie eh Falle machen und eine Banane. Jan. Ja, das ist nicht sicher, ob noch reicht. Fähnt dem Spotten, bitte. Sekunde. Ja, jetzt hab ich. Ich gebe auf dich drauf, Jan. Kommen wir weiter nach vorne bis hin. Ich jump kiste wieder. Ja. Wenigst gezielt. Okay, gib mal vor. Debschen, geh mal bitte ran. Ich bringe Eröffnungsflash dann, ja? Wir machen einen KB-Go. Gert umgekehrt. Warte, war noch. Mach doch keinen Gruck. Ja, noch nicht. Debschen, ich checken erst, bevor wir sind. Ach, durchflashen. Also, schlecht. Debschen, ich checken erst mit. Tower, weg. Siegel, Siegel, Siegel. Zwei Leute wenigstens Mitte. Drei. B2, bitte. Auf Kontakt. Ansperrt Smoking. Vier. Debschen, lauf weg. Ja, ich smoken die durch. Sind dauernd gleich. Die ersten Probleme haben. Bomb liegt für Base am Y. Die kriegen die Waffe, ist egal. Debschen ist wahrscheinlich auch der Kru. Banane mit tun, Banane rein. Du hast Banane, Debschen? Nein, Debschen wird er überleben. Die haben auch Sachen. Drei mit tun. Verliert die Situation jetzt nicht. Laue Tür rein. Banane, ganz viel unten. Komm bitte Banane, ich geh auf Base auf. Bomb liegt für Base. Bomb liegt für Base. Ich glaub sogar alle. Ich hab Z-Base. Na, die mal jetzt zwei Waffen. Ja, wir holen auf die nächste. Wechsel, Bibi. Ja. Zwei Mann, Z-Bogen. Okay, lass noch mal Banane-Fallung machen. Ja, ich steh'n gut auf. Jan, mach du den falschen Mittel, ja? Ja, okay. Soll ich falschen gehen? Nein, du gehst Banane rein. Smoked. Nix ins. Nix ins. Was macht wieder Torn? Debschen, lass mich hoch. Der Death-B. Okay. Jan, ich hab Jan im Nieder. Er dann zum B aufstellen. Ja. Du weißt ja einfach die Flash, ja? Ja. Dann kommt Jan im Nieder, gib dann einen Action-Flash. Dann nehmen wir Witter und dann machen wir B. Okay. Jan, komm hoch. Ja. Kann er Action-Flash geben, gell? Wenn er braucht. Einer ist im Hausauf. Ich hab ihn gerade gesehen. Irgendwo Treppe oder so. Macht eine Schlechtkarte. Teal ab. Nein, in dem Nieder auch. Dann wissen die, dass wir geben, ja. Und du noch. Vielleicht ist er. Ich auch. So einer. So, komm komm. Ist das halt mir ein Vorhaben-Flash? Habst du? Jo. Warte. Unbedingt für das haltengang. Flash du? Nein, keine Flash mehr. Ich glaube, dass ihr nicht blind seid von den Albi-Flashes. Reinhard Banane. Geht. Geht Seite. Noch drei. One on one. Nice. Nice. Klass. Undruck krass. Sehr schön. Nice. Auf geht's Jungs, wir haben nicht viel, oder? Sie haben eben zwei Waffen gesaved in der Eco, ich weiß es nicht. Noch mal Geld eigentlich, oder? Ja, wird schön. Lass die Runde wieder ein bisschen mehr Zeit draus nehmen. Mittelsmode, Banane, Offa E, 2. Banane pushed. Noch einer. Noch zwei Banane, noch zwei Banane. Und eine Mitte runter. Und eine Mitte runter. Mit drei Mitte runter, weg, weg. Nein, zwei noch Banane, eine A. Zwei Banane, gehen zurück Banane. Chillt mal, chillt mal, chillt mal. Wir haben hier einfach übergangen. Ja? Okay. Leise und mit viel Zeit. Hm. Gas, go. Ich schwöre eine Flash, Alibino. Oh. Insgesamt. Omnik-Standard. Flash B, Action gegen. Flash B, Action gegen. Flash B, Action gegen. Flash B, Action gegen. Ich kann nur noch Flash. Ja, Flash Action rum bitte. Hey, hunted bitte. Gleich wieder ran bitte. Bitte frei. Oh. Könnte T-Rampe runter sein. Ja, aber wir probieren jetzt auf B. Die MTV Flash Banane. Auf B Fokus. Einer bei der Bombe bleiben. Ich bleibe. Ich bleibe. Der könnte theoretisch auch schon Tab sein. Pass auf. Ja, ist egal. Deck-Tab. Achso, ja. Ah, der durchsucht. Nice, Dabson. Bring Anti-Center Flash. Der Rest gewinnt. Dein Gang. Schön. Nice, Dabson. Krasse Rolle. Ok, jetzt aber ein Anti-Eco, ne? Jupp. Oskar. Eben, was haben sie gemacht? Actionfalle haben sie zweimal gespielt, ne? Mit den Ecos. Ja, so bitte. So halb vorm ERS auch. Also, einfach ein paar Flashes probieren. Das war noch einmal Action. TKL gleich, Mann. B spottet nicht. Ja, ich bin TKL. Kommt. Oh, keine. Wenn man sich beim Döner einlässt, kann man immer gut gegen Anti-Eco handeln. Einer B spottet mit Eagle. Ich brem durch. Kapp ist frei. Ich bin Döner drin. Ah, dann Döner-Eingang. Wollte Actionflash mal? Dann Action weg. Mach mal. Mach mal bitte. Ich flashe Link. Achtung. Äh, drei Action. Dreieck Kim. Noch eine Action gewesen. Ich hab erst zurück. Bein Action down. Einer war B vorhin. Letzter war B, oder? Der ist schon Bogen down, der Spieler. Keine Ahnung, ob der B-Spieler ist. Keine Ahnung, ob der B-Spieler ist schon mal. Einer kann Tab auch. Ich hab Teppich. Kann Mond sein. Im Döner. Im Döner. Im Döner. Immer noch im Döner. Geht Richtung Döner Ausgang. Hitz, Hitz, Hitz. Döner drin noch. Wissen geht um alle sterben. Besten alle hingehen und sterben. LOL. Wird nochmal beinahe eine Falle machen. Spawn reicht, oder? Jupp. Spawn reicht. Ja, ne, warte noch mal Falle. Ohne Bombe nicht. Ja, ja, ja. Wenn wieder nichts beinahe vorkommt, lass bitte ohne Tau einfach vorgehen. Die zielen dann noch nicht. Ohne? Bitte? Hey, 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 go! Ne, keine E-Ko. Noch einer E-Molein, komm an! M-leit, 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 M-leit. Vielleicht noch einer. Noch einer, noch einer! Hinter uns, Mitte! Bitte, um B zurück. Er hat mich glaub ich gehört. Der ist rechts! Da! Lauter sagen, dass da beide sind Debsen. Schrei das Bild an! Nehmen wir das Messer in die Hand, weißt? Wollen wir nochmal... Ich dich nicht genau... Wir können's nochmal machen. Ne, lass jetzt instant B-Contact spielen. Die kommen eh nicht nochmal zu dritt oder zu dritt. Ja, aber die haben ne A-Wel. Wenn wir B-Contact haben, verlieren wir den ersten. Ja, dann lass die E-Wel wieder. Spenge. Wie ich's mal machen wir dann mit Tower vorbei. Soll ich siehst? Wir wechseln morgen die A-Wel? Jan, wir sind Reiner. Glück noch. Ich aim jetzt nicht mehr. Glam vorbei. A-Wel ist halt gezielt! A-Wel low! Wollte drauf gehen? Lass sie jetzt nicht rumziehen! Wir sind jetzt nochmal zurück. Ja. Reiner da bleiben. Bleib du umgedreht. Ich aim vom Goa am besten. Genau, Reiner kommt zurück. Wir gehen A. Oder so, okay. Jan bleibt da, die anderen gehen A. Das der gleich mit der A-Wel anguckt. Wir können jetzt an Nexus Go spielen eigentlich. Ja, können wir echt gut machen. Es klappt ein Mann frei jetzt. Die werden eh da am Weg. Ich bin noch ready. Ähm. Ja, wir brauchen einen Döner, oder? Ist egal. Wir spielen ohne Döner, okay? Jo. Und dann bei 42 machen wir. Soll ich dann mitkommen? Ja. Mit rumgecheckt, oder? Jetzt bloß ihm Gold. Ich geh ihm nach. Ah, in dem Großen Sand. Vielleicht nochmal Großen Sand. Ich vielleicht Große noch einmal nach. Große Sand tot. Spot checken. Ich geh in den Spot. Ich bin im Döner. Ich hab's von hinten. Ich bin im Spot. Versuch dann schon mal zu Hand in Richtung B wieder. Ja, okay. Action frei. Die A-Wel muss auf jeden für sterben. Jan und ich gehen Banane. Geh mit Banane. Ja, die kleben auch nur. Ich bin bei der Bombe. Einer ist Bogen, Jungs. Warum denn das? Einer ist Bogen. Nee. Einer Bibel, Jo. Geht aber weg Richtung City Base. In der City Base. Und sprengt die Bibel. Ja, aber ist auch Low. Keine Ahnung. Ihr Hunted zu dritt Banane, Mann. Aber City Base. Zweites City Base. Sauber. Ach, rechts. Der unten, rechts in der Rampe. Ach, beide Base. Ach, ey, wenn einer halt Bogen kommt und nicht zu dritt Banane-Chorks. Naja. Ja, du steppst in dein Ding. Ich hab laut gesagt, dass ich mit dir an Banane gehe. Weg drück. Dann weg vor. Ich hab neun Kerl noch. Ja, aber auch. Ey, lass jetzt wieder steuern und die Mitte einnehmen und dann unseren HSA-Strecht spielen, ja? Wir haben die A-W vor sich. Wir haben wenig Geld. Wir werden die A-W vor schicken. Nicht in den Gang auf Minischlitz. Vielleicht hört die da. Ja. Ja. Ich hab die Mitte, dass sie linken können. Ich hab die Mitte, dass sie linken können. Ich hab links. Ich flash. Rainer flash. Ich flash. Ich flash links, Rainer er rechts. Und dann nehmen wir Mitte ein. Okay, bereit? Ja. Okay. B-Retag von innen. Mitte oben. Für Niner. Dann. 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 Komm, der Döner. proph Barell. Doch hop%. Haben wir ges Institutgesang? Schon Muherell am kleinen Stück. Ich bin ruhig. 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 Johanners haze, bitte. Kontakt incubiert mich herz. Vielleicht sind doch offen. déppy aleM. här Alone. translating into the camera. gegenfläche mit dem dünner er kann doch wieder mit dem hohen mitte müssen er ist nicht mitte und der dünner es ist es ist über nachts außer der pistoler aus der verlautung und die reiko kann sein ja was einfach wieder an die langsam gang und er hat ja noch mal langsam ein schluss durch die dünner durch ja ja wenn er wieder da der komunde das schweizende ab einer formel zu mit einer gewissen b den push banan ich glaube ich das go einer gore mit Ich stepp den bitte. Geh nur nach hinten. Der ist ganz low und hat nur Usa. Oder Diegel. Das ist Banane. Oh Gott. Jan auch in Usa. Der war... Ja das... Warte mal. Ja ich lauf vor. Der letzte war B. Der letzte war der B. Der Johann war der B. Der ist ganz low. Geht einfach hinter uns. Ihr sollt einfach nur bei Jan am Arsch hängen. Damit er nicht 3 Leute holt. Man. Überforderung des Todes wieder. Auf der Seite. Keine ZK haben. Ja. Die Bananischen rein. Da und an. Sensationell schön. Wunderschön. Torne d'Orplätze. Aber ich würde noch mal mit der Kontrast letzte Runde. Ja. Ne. Einer falsche Mitte bitte wieder bringen. Ja. Ja ich geh. Tsch. 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 Fängt wieder an der Garon. Dexchen für dich. Einer am H est. Die hoch. Dexchen kommt gleich rum. Dexchen auch einer rum. Mitte nach unten wahrscheinlich. Dexchen im Spot zurück gelaufen. Jetzt kommt Action wieder vor. Wollen wir richtig in B schieben? Wir haben noch mit. Er wartet mal, warte mal. Können nur easy update. Ich hab Held. Top down. Ein Fuscht durch. Sehr gut. War er nicht im Spot oder so? Kann sein. Im Spot. Ah, ich lag im Spot. Jo. Besser? Ich flash noch zweimal. Ja, ich flash noch zweimal. Flash noch zweimal, pass auf. Eins, zwei. Vorsicht, wir gehen da auch noch mal zweimal. Ey. Sensational. Ja, das ist wieder Standard gegen die Schielen. Jan, ähm, Jan, komm mal bitte Granaten. Ist normal am B. Ja, mit Kit. Und am A dran denken, ja, wenn die kommen. Zurück fallen lassen Richtung Mac-Man. Juh. Juh, juh. Super. Geiler, willst du wieder Döner spotten? Ich springe unter Döner, weil einer was ist. Ich hab Top-B-Span. Wo soll ich hin? Gar nichts spotten. Hast du auch AE? Geh mal gleich ans Fisch, Geiler. Geh mal gleich ans Fisch, Geiler. Egal, egal, egal. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir spielen der Standard auf, äh... Ich geb den was packen, was falsch ist. Einfach hinten mit gebogenem Flash, Jan. Am Center. Ja. Ich bleib her. Einer T-Rampe. Bin schon am Ins. 2 bis 3 falsche. Spreng jetzt unter Döner. Ja. Ja. Gehst du wieder T-Rex zu Schlitzern? Ja. Bleib Hase einfach da, Jan, an den Treppen, dass du schnell genug bei mir bist, aber auch schnell genug bei denen. Ja. Die Smoken von Döner. Döner raus. 2, 3. Bommen in die Mitte auf der Rampe. Hab ich nix. Fastback ab, die überfahren Hase. 2 Hase. 2 Hase. Oben rein. 2 oder 4 Hase. Bommen mit an. Bommen. 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 Oh Gott. Ey, was geht denn da nicht rein? Einer ist noch Base. Also im Boom. Ey. Großer Sand. Ach man, ey. Der zu viert an dem Scheiß-Spot. Diegel. Ja. Was segeln. Rein, da kommen wir mit Action. Ich booste dich auf die Laterne. Ja, bitte fall nicht wieder ins Loch. Nein, 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 bitte nicht. Dann booste mich. Dann booste mich. Ich booste dich. Nächstes Mal Debsen, wenn sie Überzahl ist. Ich hab's natürlich wieder nicht gesehen. Wäre gut, wenn du dann irgendwie Tab abhaust oder sowas. Ja, ich bin ja weg. Sein Kastner wollte ich weg. Action. Dann komm wir raus. Bin Banane unten und versteck mich in Dump. Go hat mich nicht gesehen. Ich lenke ein bisschen ab. Ey, das geht nicht. Ey, Jungs. So. Mit Action. Eine Action. Zwei Mitte hoch. Komm wir mit unten. Ach. Mach sie denn da. Ja, den Hobby-Boost. Der hat man nie... Nicht mehr hätte waren. Vergiss dich. Servus. Ja. Okay. So, nehm bitte seligöse Türme und nicht mal irgendwas lustiges. In der Diegel-Eco, ja. Dann brauch ich mir nicht die zweite Auflegung Mist kaufen. Einfach campen. Ohne wieder zwei. Komm wieder Mitte-Contact zwei bis drei. Mit auf der Ramp ist schon. Weg. Haben Rippen jetzt eingenommen. Dann lasst du hier nur... Ein bis zwei. Wir gehen einfach gegen Rippen. Einer, check die wieder mal ab. Wir warten kurz. Wir gehen rechts. Es kommt nach rechts. Wir gehen alle Rippen rum. Sauber. Im Weg gar nicht. Im Weg gar nicht. Ich kämpf dich im Weg schon dran. Ja, es ist... Action ganz vorne. Ja, noch nicht. Versuchst die Waffe zu holen. Gang raus. Action zwei. Einer 10 HP in der Action, glaube ich. Komm im In-Spot. Ja. Ist doch echt ein paar Headys hier. Hier. So, aufgezählt. Fokus. Ja, kurz Falsches. Lass die ruhig hochkommen, ne? Ja, um. Ist da A bereit? Nein, Colt. Ich hab nur zwei Flaschen. Ich denke am Anfang und dann kannst du gerne... Es ist auch Flasch. Ja, dann... Entschuldig einfach vorne auch nicht Flasch, ja. Zwei Falsche unter dir, ne? Weit vorne, ne? Flasch kommt. Ja, relativ. Nix gesehen, ich smoke jetzt. LK AG gemacht. Einer Flasch hab ich noch, ja. Keine Ahnung, nix gesehen. Geflasht. Kann RIP rein sein. Ich spiel'n Döner, go. Ruhe. Verschiebe. Aber nur mit einer. Nur zwei Flaschen. Ja. Mitte Take, bitte. Mitte Take. Wollt ihr? War nur der eine. War nur der eine. Ja, und Döner noch haben wir wieder. Jens gesprengt gerade. Allein aber. Einer jetzt in der Banane. Kann raus. Schieb mal B. Bei oder so höre ich hier. Flasch auf B. Verschieb mal. Keep auf B. B go. Und Gold. Hab nichts mehr. Flasch auf B. Vielleicht kann man Rippen draußen. Noch. Nice. Ab, ab, ab. Link, schick hier. Ab, ab. Sehr gut. Sehr genial. Werner willst du? Tops von AP. Willst du gegen Terra platzieren oder soll ich smoke und du ziehst oben? Nein, nein, nein. Flasch. Geht gegen Terra. Mokia und Flasch. Mit den Tackern. Drei Leute. Vier Leute. Und zwei. Kannst du bitte Flasch setzen? Sie kommen nicht. Warte, ich Flasch. Können wir da noch runter gehen oder? Oli, geh mal die Arme. Geh mal. Kriegen wir nicht. Ich kriege mich auch nicht. Links der Wand. Fritz helfen. Dann ist noch Vox. Das war mir viel zu schlecht. Ich spiel nur auf die Arme an. 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 Ich spiel die Arme an. Ich spiel nur auf die Arme an. Ich spiel nur auf die Arme an. Ja lass sie kommen. Ich hab keine Crips am Bjan. Ich hab eine Flasch. Ein Armoen. Ja, ich spiel die Arme an. Ne, wir lassen mal. Ich spiel die Arme an. Die walken vielleicht mit, eh. Die bringen nicht? Okay, jetzt bringen sie. Ja, pfft mit da. Geht wieder runter. Ja, ich bin ja ab. Geht wieder runter. Ich bin ja jetzt zurück. In nem kleinen Sand. Ich hab keine Crew bei mir im A, ja? Ich nehme die Granaten. Eine Flash halt. Bitte eingenommen jetzt. Ich kann Action gegen Flashen. Ich hab schon gedacht, Flash kommt. Einer Action ist schon durch. Ich flieh nochmal. Großen Land eine rein. Da. Ich hab Health. Ich hab Health. Auch eine Action. Hausleiter. Stopp. Ah, Stabson. Schöne Flash. Hass. Brauch wer? Nehm, pass. Die waren richtig goldig. Das Mitte, viel Passives spielen, Rainer, ja? Ja. Ich hab dich nur so mit Check-Jams die Mitte spotten. Komm, ich hab noch 18 Minuten, das ist der 10. Laterne. Ja, geh mal gleich in den Winter. Ich flash die dann und du ziehst mit der Flash bitte rum. Ja. So. Flash-Comper-Gore. Ziemlich leise in der Mitte. Vielleicht kein Equipment oder direkt haben wir noch Kontakt. Ex-Gore. Ich smoke jetzt. Also entweder hier Bananenpfad oder sehr viel Falsches, ganz leise in der Mitte. Ja, Bananen haben wir eigentlich. Ich hab nix. Gehto. Action. Gehto. Action. Gehto. Ich hab low schon. Ich lass die durch. Ich lass die durch. Hab da auch einer. Bisschen. Top 2. Bogen schon durch. Bogen schon durch. 2. Einer down. Wir können von Bibi zielen. Noch einer im Bogen. Der hat die Waffe mit low AP. Auf die Treppen. Top 2 Leute. Top komm raus. Nicht. Einer raus. Bogen. Bogen. Da ist immer mit groben Jan. Pass auf. Der andere ist zurückgerannt. Bogen. Bogen schon rum. Kleinen Sand. Was ist der Bogen? Wir sind im kleinen Sand. Action letzter. Nice. Da haben wir einer. Ne, sie geben halt 2 Hits durch die Hitskante. Drei, vier. Dann einen legen. Slapsen hat. Wollen wir mal Kim doppelt spielen? Sie kommen in der Mitte immer relativ Kontakt rum auf Aim. Ja, wenn sie Döner boosten, dann flashen sie schon. Aber sie flashen mit dem links nur. Das kann klappen. Ja, komm, komm, komm. Schläsche. Flasch kommt, Jan. Soll ich nochmal nachflaschen? Ja, hinter Go einer. Flasch nach. Flasch. Zwei Go Amo. Da müssen zwei Low sein. Drei. Bleib noch. Ja, dann spiel Tab für dich einfach. Verschieben beide Rücken. Bleib, 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 bleib. Okay, bleib, bleib. Ich hoflaschen. Den kleinen Sand da bist du nicht. Ich kann dann wieder Action flaschen. Kannst du dich Flag setzen? Hab einer da. Noch einer Tab. So, ich denke ich soll Tab flaschen. Warte, ich denke ich hoflaschen, gell. Ich kann Tab flaschen, wenn du willst. Okay. Warte. Verschieben, hast du noch 100? Ja, aber... Jetzt Flash mal. Ich halts niemals gegen dir. Flash mal einmal, ja. Weiner. Ja, Achtung, schlechte. Action kann Frauen sein. Ach, ich bin Gold. Kann halt nur abgelenken. Abgelenk gleich. Bang mal, okay. Wo bist du immer lieb? Der verschiebt jetzt. Dann senken die ja nicht, dass zwei kommen lang. Da hab ich Action. Verschieb bitte leise. Ein Action kommt vielleicht nicht hoch gegen, ja? Ich bin noch mit dem Flash. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg auf meine Hand. Bin im Sandkasten. Einer has. Boah, ich hab noch einen Has. Ganz vorne blöde wie viel. Komme. Einer Has durch dazu. Nein. Drei Action. Einer Has. Ah. Großen Sand. Standard und großen Sand. Standard und großen Sand. Okay, ich hab noch. Standard. Standard. Headshot shot. Im Spot vielleicht, oder? Der ist Action, glaube ich. Ich glaube, er ist Action. Oder im Spot. Action oder im Spot. Ich denke, er ist Tick, oder? He kommt. Neutig. Der Optik, oder Gang? Oh, nice Jungs. Ich muss kurz einen Druck im kleinen Sand, sodass er mich gar nicht kriegen kann. Der gibt mir einfach so Intap-One-Shot. Uff. Ich war ein Drop. Legt. Wo war noch jemand? Schnurken, Legen. Ja. Und ich muss fragen, Sie können doppelt spielen? Oder B-Push? Ne, ich spiele gut. Ne, ne, ich stand da nochmal. 3 B ist gut. Ach, B-Push. Wir bleiben an der Mitte dann nochmal, dass wir great support spielen können, ja? Spät eigentlich. Da steh ich in der Mitte, die Walkman's Mitte. Echt? Ich bin sehr geiße. Ich bin sehr geiße. Ich gehe wieder gleich zurück. Fieber gegen Flashen. A gegen Flashen, bitte. Ich bin bei Nano. Döner geboostet schon. Döner geboostet. Flash falsch, Achtung. Döner raus. Noch eine Mitte unten. Ja. Ich bin Mitte unten. Ja Mitte. Eine Heft, eine Heft. Vorsicht, Tapschen raus. Wow. Tapschen raus. Ich bin jetzt Clip. Flash, Action und boost dann. Einer war noch im Heft. Einer, okay. Oder um Mitte. Tick so, Tick so, Tick so. Tick so. Tick so, Tick so, Tick so. Tick so Nuke, 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 Nuke. Sehr schön. ...있 gehe, oder? Man AIDS geht rein. Meine Brüder Flamen. Wie ist Santa growing up. sehr schön Gratulation so ich nehme an ich nehme an, ich habe nichts dagegen, wenn ich im nächsten Match auch noch gut, spielt jetzt Travely oder Jensen weiter? ja, bis EM-Spiel, spiel ich glaube ich auch noch weiter und dann Tobel oder so Jan? der Stuhldreher wie lange spielst du? bis 8? bis 8 habe ich Zeit, ja dann? Fußball oder was? ja guckst du denn? so ihr habt es gehört Jensen spielt das nächste Spiel, danach Travely das nächste Spiel wird wahrscheinlich gegen Feltel Florn sein ein finniges Team, gar nicht mal so schlecht soweit ich das vom Lineup auf den ersten Blick sehen konnte also jetzt kurz 5-10 Minuten Pause und dann melde ich mich jetzt zurück mit MyRevenge im Viertelfinale Viertelfinale so 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 so